Estefania Küste, ganz in grün. Ist es deine Einstellung oder reiner Zufall? Es ist meine, also politisch jetzt nicht gesehen, sondern es ist einfach umweltfreundlich gesehen. Es ist meine Einstellung. Ich finde, es ist toll, wenn wir gerade, deswegen unterstütze ich auch Opel sehr, sehr gerne, weil sie sehr gute, umweltfreundliche Autos bauen und dass sie ihren roten, einen grünen Teppich ausgelegt haben, passt natürlich zu dem Event heute. Wie läuft es sich denn hier drauf? Wunderbar. Ich liebe das, auf dem Rasen zu laufen, vor allen Dingen barfuß. Leider habe ich heute so hohe Hacken an, aber normalerweise liebe ich das. Zu Hause, wie sieht es denn da aus? Müll wirst du wahrscheinlich trennen. Was machst du denn noch? Ich trenne den Müll. Ich achte darauf, dass wir nicht Wasser verschwenden. Ich achte darauf, also ich bin einfach der Meinung, man muss den Kindern das auch schon beibringen, dass wir eben halt nicht nur verantwortlich sind für unsere kleine Familie oder für unsere große Familie, sondern dass wir auch verantwortlich sind für diejenigen, die außerhalb dessen unserer Familie auch leben und denen auch viele Sachen. Also ich sage Ihnen zum Beispiel auch, dass er gewisse Sachen nicht verschwenden soll, weil es einfach Menschen gibt, die es nicht haben und dass man gewisse Sachen zu schätzen wissen muss, was in den dritten Ländern zum Beispiel angebaut wird. Und ich finde einfach, wir sind verantwortlich für unser ganzes Umfeld, nicht nur für unsere Nähern, sondern ich glaube, wenn man das als Mutter weitergibt, hat man irgendwie den größten Puzzlestück eingesetzt oder ja. Geleistet. Geleistet. Was erwartest du von der Veranstaltung heute Abend hier? Also ich bin heute mit meiner Cousine hier. Hallo. Hallo. Und wir erwarten einen schönen Abend. Ich lasse mich überraschen und freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank und bis gleich. Bis gleich. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.